Was war das? Es kam im Grunde genommen, dass du das Bier hättest. Das war auch so ein Fäckchen! Nicht, dass ich dich ganz fest mit Biersuchen assoziieren würde, aber irgendwie ... Das ist das, was verkörperlich ist. Ja, das stimmt. Ja. Aber ich liebe Bier als Champagner. Ich bin ganz schwach, ja. Eingehaut, oder? Ja. Das ist so schön. Ich bin ruhig wie in einem Ohren. Die Kinder haben null Berührungsängste. Und auch die Männer finden schnell Gemeinsamkeiten. Wo wohnst du jetzt? Das Leisigen am Hagerupen. Das sind 800 Menschen.